bereit machen der oberösterreicher vincent griechmeier steht oben der weiß alles was war ist vergangen die vermurksten wochen nicht das was er sich erwartet hat jetzt muss die ideallinie her auf die ihr dauernd sucht der herr kriegt ihr dauernd sucht der herr kriegmeier und das hat er drauf was der hat das drauf der hat das themische rüstzeug ist halt ein perfektionist und dementsprechend perfekt kommt da rein der links war super auch das war ganz gut gepasst wir arbeiten wir den radios er kommt super hoch aus der geschwindigkeit aus drei zehntel stelle das volk da hat er jetzt eine explosion ausgelassen das war eine fahrt hat alles gepasst und steinhang so jetzt muss der skie gehen da sind zwar recht mit dem vorsprung auch in die alte schneisen eine hupfenorte wird sogar mehr und vierzehntel vorsprung gestern sechster hier fährt er die wut mit auch ein bisschen wer weiß er war unzufrieden gestern nächster vergleich achtung 24 und zwei zentel verlorener polis wird sein kriegmeier aber auch er konnte es natürlich super voran schau bitte bleibt drauf schön in deiner position des mobs bisher gut links schön eng einer ziehen aus die phase nutzen zu beschleunigen 16 17 wir sind immer noch vorne da folgt 20 hundertstel jetzt sind die absoluten genieße unterwegs das wird aber jetzt noch spannend die passage richtung hausberg kante und die traverse danach da entscheidet sich jetzt ob kriegmeier führung geht wie wird er wie wird er vorder die weitere linie nahe fahrt eng oben er fahrt eng oben 37 hundertstel also bis jetzt ist es eine perfekte fahrt jetzt muss er hoch hinauf so vier vierzehntel das muss sich doch ausgehen für ihn geschwindigkeit auch er bei 140 km hat aber freut ein bisschen schneller aber die letzten meter 55 81 es geht sich das gibt's gar nicht das ist ein ex-equo wenn man sich was wünschen kann